Ich war schon immer an Technik interessiert. Deshalb habe ich mich für die Lehre beworben und bin froh, dass es bei Kapsch geklappt hat, denn die Ausbildung ist vielseitiger, als ich es erwartet hatte. Ich bin die Deborah. Ich möchte euch ein bisschen was über die Lehrlingsausbildung bei Kapsch erzählen. Die Ausbildung dauert insgesamt 3,5 Jahre. In den ersten 1,5 Jahren sind wir in den Lehrsälen und in der Werkstatt, um die Grundlagen der Elektro- und IT-Technik zu lernen. Aber wir lernen nicht nur die Theorie, wir machen auch viele praktische Übungen, wie z.B. Löten, Netzwerke verkabeln, Glasfaserspleißen, Mikrocontroller programmieren oder Betriebssysteme programmieren. Also alles, was wir im Beruf dann auch wirklich brauchen. In der Werkstatt arbeiten wir mit verschiedenen Maschinen und Materialien. Mit der Hilfe unserer Ausbilder fertigen wir Werkstücke an, z.B. an der Fräse oder dem Schleifblock. So genau zu arbeiten ist eine Herausforderung, macht aber Spaß. Nach diesen 1,5 Jahren wechseln wir dann in die verschiedenen Abteilungen, wo wir das Gelernte gleich praktisch umsetzen können. Zu sehen, wie der Arbeitsalltag dann wirklich ist, ist echt spannend. Toll ist, dass ich bei Kapsch vieles ausprobieren konnte. Am meisten interessieren mich Hardware und alles, was mit der Produktion zu tun hat. In diesen Bereichen möchte ich auch in Zukunft tätig sein. Wenn ihr in einem international tätigen Unternehmen Karriere machen wollt, dann seid ihr bei Kapschrichtig. accomplishet daspar? Ich freue mich, euch Hundred einde. Beend2016. We ofere巧 ein Bildal сколько Target? Wir fangen an! Wir fangen an! Wir machen. Vielen Dank.